Herr Huber, Sie haben eine neue Studie veröffentlicht, der Titel Online-Video in deutschen Fachmedien. Ihr Fazit, setzen Fachmedien auf Bewegtbild? Mittlerweile ist es so, dass zwei Drittel der deutschen Fachmedien auf Bewegtbild setzen. Zum Vergleich, 2009 war es erst die Hälfte. Es ist so, dass Fachmedien auch professioneller geworden sind in der Hinsicht, als dass sie die Videos prominenter auf ihren Seiten platzieren. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass die Videos teilweise noch nicht professionell produziert werden, insofern, als dass das On-Air-Design noch zu wünschen übrig lässt oder auch die Musik noch nicht optimal eingesetzt wird. Ein weiteres wichtiges Thema ist ja auch die Suche nach dem richtigen Geschäftsmodell. Wo geht die Reise bei Fachverlagen hin? Videoanzeigenmärkte, Videorubrikenmärkte. Das sind Geschäftsmodelle, die bei Fachverlagen sehr erfolgversprechend sind. Man kann sich so vorstellen, Videoanzeigen können in einem redaktionellen Umfeld, dann eben als Videoanzeige oder auf Rubrikenmärkten platziert werden. Das belegt auch unsere Studie. Bereits ein Drittel der deutschen Fachmedien setzt auf Videoanzeigen oder Rubrikenmärkte. Was ist denn mit Video-Ads wie Pre-Roll, Mid-Roll oder Post-Roll? Es ist die fehlende Reichweite, die das Problem darstellt. Selbst die führenden Fachmedien haben immer noch eine zu kleine Reichweite, als dass man mit Pre-Roll-Werbung, mit Post-Roll, mit Mid-Roll-Werbung, also Video-Ads, die Kosten, die anfallen bei der Videoproduktion, beim Einkauf, decken könnte. Daher ist das Thema flankieren zu sehen. Es sind schöne Nebeneinnahmen, die man damit generieren kann, aber die Haupteinnahmequelle sind sie nicht. Zum Schluss, kann man in diesem Markt jetzt von einem Boom sprechen? Also Fakt ist meiner Meinung nach, dass ein Proof-of-Market ganz klar zu erkennen ist. Derzeit werden monatlichen von verschiedenen Produktionsfirmen tausende von Image-Videos produziert. Es ist so, zwei Gründe tragen dazu bei, dass dieser Markt in den nächsten Jahren sehr stark wachsen wird. Erstens kann man heutzutage ein Image-Video als Firma, als kleine Firma, als mittelgroße Firma, bereits für zum Beispiel 1.000 Euro einkaufen. Zum Vergleich, früher waren es 10.000, 20.000 Euro. Zweitens, früher musste man das teuer im Fernsehen platzieren. Heute gibt es eben Videoanzeigen, Rubrikenmärkte, wo ich für wenig Geld schon eine gute Platzierung erreichen kann. Und diese zwei Gründe tragen dazu bei, dass hier ein ganz großes Wachstum kommen wird, meiner Meinung nach.